Er hat noch einen Monat, hat er noch. Der kann fahren, Achmo, hast du gesehen? Ja, soll er aufpassen. Der soll ihm bloß nicht kaputt fahren, wenn ich den kriege. Nee, 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 das war nicht. Hab da ein gutes Geschäft gemacht, ne? Was ist meine Provision? 2, 3? Kannst du ihn bitte schon mal hier hinstellen? Nächste Woche, Achmo, ich brauch ihn die Woche noch. Echt? Ja, scheißegal. Komm, komm sein muss.